Erst kürzlich ist in Potsdam in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung Schreckliches passiert. Eine Pflegerin hat vier BewohnerInnen getötet und eine weitere schwer verletzt. Menschen mit Behinderung sind oft nicht ausreichend vor Gewalt geschützt. Was tut Ihre Partei dafür, um das zu ändern? Der Mord in Potsdam war ganz schlimm. Das darf nicht passieren. Die Bundesregierung schützt behinderte Menschen zu wenig vor Gewalt. Das ist schlecht. Viele behinderte Menschen erleben Gewalt. Behinderte Frauen erleben besonders oft Gewalt. Das möchte meine Partei. Behinderte Menschen sollen keine Gewalt erleben. Die Bundesregierung und die Bundesländer sollen zusammenarbeiten gegen Gewalt. Die Bundesregierung und die Bundesländer sollen Wohnheime und Werkstätten für behinderte Menschen besser prüfen. Diese Hindernisse müssen weg. Hindernisse in Beratungsstellen und Schutzhäusern für Frauen. Dafür sollen die Bundesregierung und die Bundesländer bezahlen. Die Bundesländer sind in Beratungsstellen und Schutzhäusern für Frauen.